Und warum schlachten ist auch langweilig. Oh, wir spielen Conquest. Ja. Und? Wow. Boah, was Neues. Wir spielen C3. Da können wir direkt noch weitergehen. Ich darf nur nicht an die Front, ich bin XL. Ja, aber die dürfen hier nicht zurückbleiben. Ich laufe 81,9. Da bin ich noch mal sauer. Hori, gib Gas? Ja, ja. Ich kann geradeaus weiter. Ich hab so ganz richtig rum. Ich werde rechts rum gehen. Okay, was ist die Schatz aus? Leer. Gut. Dann ab dafür. Ja, die machen SK. Also, wer jetzt noch ganz hinten steht, bei Cover. Sammelt euch und geht ab. Dann auf Epsilon. Ich hole schnell Sieg mal. Copy. Rammeln. Oh ja, da sind sie alle. Ach, du hellige Scheiße. Auf Gamma konzentrieren. Da geht unser Ziel. Kann nicht noch weiter zurück. Irgendwann. Boah. Haltigen wir hier. Machen wir hier. Feuerlinie. Oben F. Raus nehmen. Komm raus. Kommen Sie über C3 wieder? Ja. Nein so. Ja, die kommen wieder hinter uns her. Oh, dann umdrehen und nach C3 zurückdrücken. Jo. Kilo kommt. Kilo kommt. Konzentriert auf Kilo. Kilo. Er stimmt nicht schnell genug. Center ist schon offen. Auf Kilo rauf. Das kommt schon, Leute. Down. So. Nächsten Ansagen. Werter. Wer hat auch Center gut angefressen schon. New Target acquired. Gustav schiebt von der rechten Seite aus. Cesar will durch. Cesar will durch. Cesar, Highlander. Haltet mal Gustav. Wir bräuchten aber eher Cesar rausgenommen. Oh, keine Chance. Julia ist offen. Julia ist offen. Könnt ihr rausnehmen. Charlie lebt immer noch. Das ist ein Highlander. Das ist eine Glaskanone, Leute. Er ist down gleich. Target. Zu spät. Ich hatte rausgenommen. Alpha will mehr als jeder. Target acquired. J ist auch schon rot und Center. Sehr rot so gut. Lima. Center ist gleich auf. Shit. Crap hat mich. Den Hunchback. 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 Der Hunchback. G-Meal. G-Meal ist... Weg. Oh, ich habe jetzt gerade stresst mit Timberwolf, Leute. Lima ist durch. Lima ist hart durch. Lima ist durch. Lima ist hart durch. Jawohl. asonic ist hier Sp Tac disagree. Sehr schön. Volks trotz, Th Does an der Bolt in Charlie 4. Und wie viele Gegner leben wir noch, die Behinder von uns? Von Gegnern noch 4, von uns noch 2, 4, 6 Okay, sehr schön Jeder, Center Crap, Seitentorso Oh, 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 ich hab was vergessen Auf den letzten Meter Ah, der Jenna ist von dem Leben Drecksau Ich dachte noch, der letzte könnte zu heiß gewesen sein Aber nein, genau, schön stehen die Brieben, umgedreht Von Epsi und zack Ja, warum war es anders als weiter zu Rönne? Ähm, das schaffst du meistens doch gar nicht Also wenn du nichts leuchtet, das schnelle Team hast und so weiter Und vor allem, wenn die da oben runterkommen Ja, die Team versorgen Ha! Ja, war ja super Und das hat ja auch geklappt Target Destroy Nein, vor allem wie gesagt, wenn die da oben rüberkommen Dann bieten sie, weil sie ja auch nicht in breiter Front rüberkommen können Kannst du also dann zum Teil richtig gut wegfokussen Und du hast die ersten haben ja auch super geil Schon mit dem Empfang Die sind hinterher wieder zurück Um es zusammenzufassen Gut gemacht, Orks Jo Aber es ist auch verständlich, dass sie nicht instant umfallen wie bei anderen Clans Weil wir kein Meta fahren Was kommt noch dazu? Ja, wir haben Spaß am Spiel Nach Genau Das finde ich ist das Wichtigste, wenn ein Spiel keinen Spaß macht Dann Vielen Dank.